Und dann im dritten Raum eine Kurve von der Wasserpläcke. Ihr habt euch das auch bestellt, das haben wir am ersten zwei Rennen so grosse Fühne. Und dann kommt man ja für das Zeichen eine linie Fühne. Wir haben auch die Wasserpläcke, wenn nicht die grössten Fühne. Es ist freundlich, dass das so ein Aufgang ist.